Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Survival. Heute sind wir wieder im XXL Lager unterwegs, denn hier gibt es noch ein paar Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und außerdem fangen wir heute auch mit dem Sortiermechanismus an, damit das Lager dann auch irgendwann mal wirklich komplett fertig ist. Außerdem habe ich noch einiges Neues zu erzählen. In den letzten drei Wochen gab es ja keine Videos. Das lag daran, dass ich mit Klausuren beschäftigt war. Die sind jetzt soweit allerdings alle durch und auch soweit bisher bestanden. Ich muss jetzt im April noch eine schreiben, aber wie gesagt, das ist nur eine. Dafür habe ich jetzt denke ich genug Zeit. Außerdem könnt ihr mich jetzt auch bei Twitch abonnieren. Ich bin ja jetzt endlich Affiliate. Das bedeutet, wenn ihr einen Twitch Primes habt überhaupt oder so, könnt ihr den gerne raushauen. Ihr bekommt übrigens, wenn ihr mir bei Twitch folgt, auch ein eigenes Namensschild hier bei dem Twitch Wall. Und außerdem, wenn ihr mich sogar noch abonniert, bekommt ihr noch ein weiteres Schild und zwar auf diesem Obelisken hier vor dem Pixelpark. Heute Abend ist übrigens ein Livestream um 19 Uhr. Also an dem Tag, wo das Video hier aneinkommt, um 19 Uhr auf Twitch. Eregons Period könnt ihr gerne vorbeischauen. Da bauen wir nämlich ein bisschen in der Hafenstadt weiter. Wir haben auch die 10.000 Abonnenten auf dem Kanal hier erreicht. Gruß geht auf jeden Fall an alle raus, die mich immer unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich da mega drüber. Und zu diesem Anlass habe ich ein kleines Monument auf dem Server gebaut. Und zwar habe ich in der Nähe von Farmingen bei der Mine, an die erinnert ihr euch ja vielleicht noch, da soll ja ein Gebirge hin. Und in dieses Gebirge, ich habe jetzt angefangen da einen Berg zu bauen, und in dieses Gebirge hinein habe ich dann quasi einen Schriftzug mit 10.000 hineingemeißelt, so gesehen. Also ich habe da einfach Blöcke weggelassen, aber es sieht so wie gemeißelt aus. Und das finde ich ziemlich nice und das wird jetzt in alle Ewigkeit einmal daran erinnern, dass wir hier schon 10.000 Abonnenten auf dem Kanal sind. Mega nice. Und irgendwann werde ich, denke ich, auch das Gebirge da weiterbauen, weil so sieht das noch nicht so cool aus. Aber na, das kommt später. Jetzt machen wir aber erstmal mit dem Lager weiter. Darum soll es ja heute gehen. Und zwar haben wir einige Herausforderungen, wie gesagt, die wir uns jetzt erstmal anschauen müssen. Ein kleiner Funfact, ich nehme das hier gerade zum zweiten Mal auf, weil leider mein Tonaufnahmeprogramm einfach nicht aufgenommen hat. Ich weiß auch nicht, wieso. Nach einer Minute 45 hat es einfach aufgehört. Und dann hatte ich irgendwie 15 Minuten aufgenommen und ja, naja. Auf jeden Fall haben wir jetzt einige Probleme, vor denen wir stehen. Und das erste Problem ist die Version 1.17, denn die wird ja im Sommer irgendwann online oder freigeschaltet werden, was auch immer. Und das bedeutet natürlich, dass ab Sommer dieses Lager hier zu klein ist, weil ja fast jede Kiste schon ausgelastet ist. Aber es werden ja viele, viele neue Items dazukommen. So wie es gerade aussieht. Und die müssen wir natürlich auch hier irgendwie einlagern. Und das Erweitern wäre jetzt nicht so einfach, weil wir hier meistens schon Redstone benutzt haben und dann wäre es auch nicht mehr so symmetrisch und so weiter. Aber ich habe eine ganz gute Idee. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich werde es euch mal sagen. Und zwar haben wir hier ja in diesem bunten Abteil, in diesem bunten Flügel hier, haben wir im Endeffekt ziemlich viel Platz, was wir noch nutzen könnten. Und zwar haben wir hier ja einmal die verschiedenen Terrakotta-Sachen, alle nach Farbe sortiert und so weiter. Hier haben wir die verschiedenen Wollsachen, also Teppiche und so weiter. Und unten haben wir Konkret und das bunte Glas. Und was meine Idee jetzt ist, ist, dass wir das quasi alles ein bisschen zusammen mischen, mehr oder weniger. Und zwar, dass wir zum Beispiel hier vorne statt einfach nur schwarzer Wolle in dieser Kiste, dass wir schwarze Wolle und auch die schwarzen Teppiche in derselben Kiste haben. Das würde nämlich dafür sorgen, dass die ganzen Kisten hier oben dann einmal frei werden würden. Und genau dasselbe würde ich hier auch mit dem Terrakotta machen. Das bedeutet, ein normaler schwarzer Terrakotta kommt auch in die Kiste zu dem glazed schwarzen Terrakotta. Und das würde eben dafür sorgen, wenn wir das hier unten auch noch machen, also hier das Concrete Powder mit Concrete und die Glasscheiben zusammen mit den normalen Glasblöcken. Das würde eben dafür sorgen, dass wir die Items von oben alle hier in die oberen Kisten einsortieren könnten. Und die unteren Kisten wären dann hier voll mit diesen hier. Und das würde eben dafür sorgen, dass der komplette obere Flügel im Endeffekt frei wäre. Und das sind ja, glaube ich, 80 Kisten, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss das gleich nochmal kurz nachzählen. Aber auf jeden Fall sollte das erstmal reichen für die ganzen neuen Items, die jetzt dazu kommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele neue Items, ich weiß, dass es sehr viele sind. Ob es jetzt so mega verschiedene Items sind, die man alle einzeln sortieren muss, weiß ich nicht. Und wir haben hier jeweils 10, 5, 40, wir haben 80 Kisten tatsächlich hier oben, die dann eben noch zur Verfügung stehen würden. Plus nochmal hier zwei extra für die ganzen neuen 1.17 Sachen. Und ich denke, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Vor allem, wenn wir das Ganze dann noch ein bisschen zusammen mischen. Das Problem ist dann natürlich, dass dieses Ganze nicht mehr so ganz automatisch wird. Also ich müsste mich dann eben entscheiden, zum Beispiel hier vorne, ob ich jetzt den schwarzen Teppich automatisch reinsortiert haben möchte oder die schwarze Wolle. Weil nicht beides gleichzeitig dann einsortierbar wäre. Also es wäre schon möglich, es wäre dann allerdings äußerst umfangreich, im Endeffekt umständlich und so weiter. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich das lohnen würde. Aber ich denke, das sollte eigentlich eine ganz gute Möglichkeit sein. Und dann haben wir hier schon mal sehr viel mehr Platz. Und eine andere Möglichkeit wäre, dass wir halt auch noch andere Sachen zusammen mischen. Also dass wir zum Beispiel sagen, die ganzen verschiedenen Baumsetzlinge alle in eine Kiste. Und dann vielleicht so Schalkerboxen. In einer Schalkerbox sind nur Spruce Saplings zum Beispiel drin und so weiter. Und das gleiche halt dann noch mit Blumen. Die könnte man ja auch alle in eine Kiste packen und so. Also das wäre dann halt alles nicht mehr automatisch. Aber es wäre halt eine ganz gute Option, denke ich. Und was wir auch noch machen könnten, wären halt zum Beispiel solche Sachen. Also die ganzen Minecarts hier, die kann man sowieso nicht automatisch sortieren. Dass die halt eine Kiste bekommen. Oder die ganzen Boote, dass die halt alle in einer Kiste landen. Und anscheinend ist gerade das Essen in der Küche fertig. Ich hoffe, die Störgeräusche sind nicht zu schlimm. Aber ich denke, das wäre schon mal eine ganz gute Möglichkeit, um das Ganze zu sortieren. Das Problem ist natürlich, dass irgendwann noch mehr Items kommen werden. Also in den nächsten Versionen, 1.18, 1.19 und so weiter, wird es ja immer neue Items geben. Und da müssen wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht einfach eine dritte Etage bauen. Irgendwie nach oben, oben drauf noch oder unten drunter oder sowas. Oder dass ich die Gänge einfach noch länger mache oder sowas. Oder wir irgendwann vielleicht auch ein neues Lager bauen. Wäre ja auch eine coole Sache. Und eine Sache, die auch noch hier ein bisschen nervig ist, die seht ihr links oben. Das sind meine FPS. Die sind nämlich gar nicht mal so gut hier. Also so 20 bis 40 habe ich hier meistens. Und das bedeutet, dass es halt natürlich jetzt schon relativ doll laggt. Und wenn jetzt noch ein komplettes Redstone-Mechanismus-System dahinter steckt, die die ganzen Items automatisch sortiert, und die ganzen Items dann hier auch rumfliegen und rumsortiert werden quasi, dann wird es natürlich zu noch mehr Lags führen. Und das bedeutet, dass wir jetzt vielleicht schon anfangen sollten, zu gucken, dass wir hier weniger Lags irgendwie hinbekommen. Und dafür habe ich zwei Ideen. Die erste Idee ist einmal draußen. Und zwar haben wir da ja einen Villager-Breeder. Und ich würde den halt einfach abbauen und die ganzen Villager woanders hinbringen, sodass sie halt nicht zu den Mobs gehören, die halt hier in der Nähe sind. Das bedeutet, dass es dazu schon mal zu weniger Lags kommen würde. Und die andere Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir halt immer, wenn es geht, die Itemframes vermeiden. Das bedeutet, dass wir immer, wenn ein Block halt platzierbar ist, zum Beispiel hier der Honig, dass wir dann einfach das Itemframe, also den Bilderraum, wegmachen und stattdessen den Block dahin platzieren. Weil das würde auch nochmal einiges an Lag einsparen. Und ich habe das Ganze hier vorne schon mal gemacht. Das habt ihr vielleicht im Livestream, wenn ihr dabei wart, auch gesehen. Und hier habe ich jetzt halt einfach alle Blöcke, die man platzieren kann, halt einfach hingeplaced. Und manche, ich meine, manche kann man halt nicht so wirklich gut platzieren. Also die Pilze hier zum Beispiel oder halt dieses Quartz-Item kann man nicht so gut platzieren. Aber die anderen Items, die platzierbar sind, platzieren wir einfach. Ich finde, das sieht nicht mehr ganz so clean aus. Aber ich finde, es ist auch, es ist ansehnlich auf jeden Fall. Man hat halt, ich finde, man erkennt besser, was wo ist. Allerdings sieht es nicht so mega toll aus. Aber ich denke, wenn wir dadurch Lag sparen, dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Und man muss halt bedenken, dass ich das halt nicht überall machen kann. Aber es würde sich definitiv lohnen. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir das hier ja alles dann in der unteren Etage haben, weil das ja zusammen gemischt wird. Da könnten wir überall Blöcke hin platzieren. Dann haben wir hier vorne natürlich so diese ganzen Pflanzensachen. Das wird schwieriger. Aber auch hier unten dann zum Beispiel beim Holz, hier könnte man ja auch alles hin platzieren. Und wir würden ja dann hier alleine schon 80 Itemframes einsparen. plus dann nochmal hier vorne die ganzen Steine. Das ist ja auch nochmal richtig viel. Das sind auch nochmal dann 80, also 160. Dann hier nochmal, das wären dann nochmal 40, also 200. Und dann hier, man kann ja zwischendurch immer mal welche. Also ich meine, hier sind natürlich Items, die kann man nicht platzieren. Aber hier zum Beispiel die ganzen Erze und so weiter und Diamantblöcke und so. Das könnte man alles placen. Und ich denke, so würden wir halt einiges nochmal in Lag einsparen können. Und hier ist nochmal eine Kleinigkeit übrigens, die ich noch geändert habe. Und zwar war hier unten ja nur ein Fußboden, der aus der roten Wolle bestanden hat und umrandet war das Ganze mit schwarzem Teppich. Und das fand ich ein bisschen blöd, weil das ganze Lager ist eher bunt. Und dann habe ich jetzt hier so einen Farbverlauf gemacht, hier von jeweils den Farben, die halt hier hinpassen. Also hier der rote Flügel hat halt rot. Dann hier der gelb-grüne Flügel hat dann gelb und grün. Hier vorne haben wir dann so ein helles Blau. Und hier vorne dann das dunklere Blau. Und ich finde, das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ich mag dieses Farbenfrohe, dieses Regenbogenmäßige. Ich finde auch insgesamt, das Lager gefällt mir sehr gut mit den ganzen bunten Farben. Und hier unten habe ich dann auch nochmal versucht, so ein größeres Spektrum zu machen. Also hier haben wir ja eigentlich nur Wolle benutzt und Konkret. Und hier habe ich dann alle möglichen Blöcke benutzt, um hier so einen schönen Farbverlauf hinzubekommen. Ist an manchen Stellen nicht so ganz perfekt, finde ich. Aber ich denke, es ist schon relativ gut. Und es sieht auf jeden Fall schön aus. Und ich habe hier auch noch ein paar Items drin versteckt, übrigens in den Schalkerboxen. Falls mal hier irgendwie Not am Mann ist und wir irgendwelche coolen Items brauchen, die sind hier auf jeden Fall drin versteckt. Und ich denke, das sieht insgesamt eigentlich gar nicht so schlecht aus. Dann kann ich euch jetzt auch einmal zeigen, was wir denn heute vorhaben. Und zwar wollen wir ja ein bisschen mit der Technik weitermachen. Und zwar nochmal für die Leute, die vielleicht hier noch nicht dieses Lager gesehen haben. Aktuell ist es so, dass wir hier vorne einmal Kisten haben. Da können wir Items reintun. Oder wir stellen hier vorne auf die Trichter einfach die Schalkerboxen. Die werden dann automatisch entleert. Und die ganzen Items werden dann unten zusammengetragen, mehr oder weniger. Und kommen dann hier durch diesen Itemaufzug nach oben. Das bedeutet, am Ende würden die Items dann ungefähr hier rumliegen und halt aktuell noch nichts machen. Wir wollen sie ja allerdings sortieren lassen. Das bedeutet, wir wollen jetzt heute von hier, von diesem Itemaufzug einmal eine Bahn hier drüben hin machen. Das wird dann halt eine Eisstrecke sein mit Wasser, damit die Items transportiert werden können. Und ich habe hier schon ein bisschen angefangen. Ich habe hier übrigens auch die ganzen Sachen zusammengesucht. Also hier, wir brauchen extrem viele Trichter und Holz natürlich. Eis brauchen wir sehr viel. Ich habe ein ganzes, wie nennt man das, diese Eisberge, die auf dem Wasser treiben, habe ich abgebaut. War sogar teilweise auch im Livestream. Also könnt ihr gerne immer vorbeischauen, da werden wir hier viel machen. Und dann habe ich auch, ich habe auch fast unser ganzes Quartz erstmal benutzt, um hier Rats und Repeater und irgendwas anderes noch. Ich glaube für die Repeater brauchte man das. Habe ich benutzt und wir haben auch relativ viele Repeater und das sind Comparator meine ich übrigens. Ich bin komplett lost, was Rats und Angeht. Auf jeden Fall habe ich schon sehr viel vorgecraftet. Ich weiß allerdings nicht, wie weit wir damit kommen. Ich habe schon ein bisschen was hier angefangen, weil ich war mir nicht ganz sicher, wie ich da hinten die Rundung mache. Aber im Prinzip wird es jetzt so laufen, dass hier vorne von dem Itemaufzug eben eine Itemstrecke hier hingeht. Und von hier aus werden sie dann hier in dieses System gebracht. Das bedeutet, hier müsste dann einmal so ein Wasserstrahl drumherum gehen. Und hier würden die Items dann ganz einfach einsortiert werden. Wie das ganze System funktioniert, habe ich auch schon mal in einem Video besser erklärt. Da werde ich jetzt heute nicht so drauf eingehen. Wir bauen es halt einfach. Und dann werden hier halt die Items sortiert. Beziehungsweise hier zum Beispiel wird nichts sortiert, weil hier unten die Kissen sind, die nicht sortiert werden können. Also die ganzen Minecuts zum Beispiel, die kann man halt nicht automatisch sortieren. Deswegen sind hier auch keine Trichter. Und dann war es halt ein bisschen schwierig hier hinten, diese Kurve zu kriegen, weil das Ganze ist ja rund gebaut hier. Das ist der mittlere Teil vom Lager. Und deswegen wusste ich nicht, ob es passt. Und es passt halt tatsächlich bis auf einen Block genau. Das ist natürlich richtig lucky, im Endeffekt richtig Glück gehabt. Und dann geht das hier halt einmal um die Kurve drumherum. Wird hier wieder perfekt unaligned quasi. Also dass es halt auf der richtigen Position ist. Und dann geht es halt hier weiter. Und dann würde es jetzt halt einmal hier komplett drumherum gehen, über die komplette erste Etage. Das Ding ist halt, dass wir damit, also wenn wir diesen kompletten Kreislauf heute fertig machen, dass wir damit im Endeffekt halt nur diese obere Reihe an Kisten automatisch sortieren könnten. Und die untere Reihe hier, die hätten wir dann noch gar nicht sortiert. Und dann hier hätten wir ja noch eine weitere, also eine dritte Reihe und dann auch noch eine vierte Reihe. Wir müssen also insgesamt viermal so einen Kreislauf machen, komplett drumherum mit Trichtern, mit Eis, mit allem drumherum. Damit dann auch möglichst, oder damit dann auch alle Items sortiert werden können, die wir möchten. Und da haben wir dann auch wieder ein Problem. Und zwar habe ich überlegt, dass natürlich zum einen, wenn jetzt extrem viele Items sortiert werden sollen, dass das ein Problem ist, weil einige Items, die würden ja zum Beispiel ganz unten einsortiert werden. Hier zum Beispiel so ein Emerald zum Beispiel oder Labitzlazuli müsste ja bis ganz nach unten kommen und müsste dementsprechend drei, beziehungsweise fast vier komplette Umdrehungen hier machen. Und würde halt ultralange im System sein und dementsprechend halt auch ultralange für Lag sorgen, weil nicht jedes Item halt instant einsortiert wird. Und das würde halt dafür sorgen, dass viele, viele Items gleichzeitig unterwegs sind. Und das ist natürlich nicht so cool. Und gleichzeitig despawnen ja Items auch irgendwann. Also wenn ich jetzt hinschmeiße und jetzt ganz lange warte, ich glaube fünf Minuten sind das, dann sind sie ja weg. Und da weiß ich halt auch nicht, ob das Ganze reicht von der Zeit her. Also wenn die Items unten hochkommen und dann einmal komplett oder viermal komplett hier drumherum müssen, auch wenn es Eis ist, könnte es natürlich doch einiges dauern. Wobei ich nicht weiß, ob es tatsächlich dann auch fünf Minuten, ich glaube es sind weniger als fünf Minuten. Aber so das Hauptding ist halt, dass es dann zu Lags kommt. Und ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt schon Lags. Und deswegen hatte ich nochmal die Idee, dass wir quasi die Items, nachdem sie eine Umrandung gemacht haben, erstmal zwischenlagern. Das bedeutet, wenn die Items jetzt hier losfliegen und dann fliegen sie einmal drumherum und kommen dann hier vorne irgendwann wieder an, dass sie erstmal in so einen Haufen Kissen zwischengelagert werden. Und wenn dann alle Items einmal durch sind, dass wir dann halt irgendwie mit einem Schalter oder sowas das aktivieren können oder auch automatisch, dass dann erst der zweite Kreislauf losgeht und der dann auch wieder am Ende erstmal gebunkert wird und dann in den dritten Kreislauf und dann in den vierten Kreislauf geht. Das würde eben dafür sorgen, dass wahrscheinlich weniger Lags sind. Und ich denke, dass es auch gar nicht so unpraktisch wäre, wenn man zum Beispiel aus Versehen was reintut. Dann könnte man es halt am Ende hier dann raussammeln aus der Kiste. Und ganz am Ende, es werden ja immer Items überbleiben, die wir nicht sortieren können. Und die würde ich dann halt am Ende hier, also die würden ja dann hier irgendwann rauskommen und die würde ich dann hier irgendwie in ein großes Lager einfach einsortieren lassen, wo sie dann halt einfach irgendwie ganz random gespeichert werden. Und das Problem, was wir dann haben, ist, dass natürlich das Höllenportal hier im Weg ist. Allerdings bin ich am überlegen, das hier wegzumachen. Ich kann euch auch gleich zeigen, warum. Und dann statt dieses Höllenportals hier einfach ganz, ganz viele Kisten zu haben, wo dann die ganzen Items, die halt nicht sortiert werden, reinkommen, also Rüstung und sowas und Minecraft, wie gesagt, und halt irgendwelche Sachen, die keine eigene Kiste haben und so. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und das Ding ist nämlich auch bei diesem Höllenportal, dass es gar nicht mehr so richtig funktioniert. Das sollte ja eigentlich zu unserem Nether Hub führen. Ich kann da ja mal reingehen. Und dann werdet ihr sehen, dass wir halt nicht wirklich beim Nether Hub rauskommen, sondern unter dem Nether Hub. Und das ist seit der 1.16 Version so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was geändert hat oder so. Ist auf jeden Fall ziemlich nervig, weil jetzt muss ich halt immer hier außen rumlaufen und dann hier vorne wieder reingehen. Und deswegen gibt es jetzt hier Löcher und hier können jetzt immer Monster rein. und auch zurück funktioniert das Ganze nicht. Also wenn ich jetzt hier durch das Höllenportal gehe, das hat ja früher zu dem Lager geführt. Jetzt sind wir allerdings hier hinten irgendwo und müssen sowieso erstmal dahin laufen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das verbinden kann. Ich habe es schon ein paar Mal versucht mit allen möglichen Methoden. Es hat alles nicht geholfen. Und dementsprechend können wir das Portal da halt auch wegmachen. Also es erfüllt halt keinen wirklichen Zweck. Es ist halt ein bisschen schneller, wenn man wieder zurück will, aber jetzt nicht so mega. Und ich denke, deswegen wäre es halt cooler, wenn wir da dann diesen großen Speicher haben für die ganzen Items, die wir nicht sortieren können. Diese Verbindung zu bauen war jetzt nicht so mega spannend. Deswegen kommentiere ich das Ganze nochmal nach. Im Prinzip habe ich halt einfach nur Eis platziert und da oben drauf dann Wasser fließen lassen, sodass die Items dann eben auch transportiert werden können. Ich habe aber auch noch versucht, das Ganze ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Das werdet ihr gleich noch sehen mit so ein bisschen Glas und so weiter. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber es sieht wenigstens nicht ganz so doof aus. Von daher sollte das auf jeden Fall erstmal reichen. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was erzählen zur Uni einmal und aber auch nochmal zu Twitch kurz. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ihr mich da gerne abonnieren könnt. Das ist natürlich kein Muss oder so. Das ist nur für die Leute, die irgendwie Amazon Prime sowieso überhaben und noch niemanden abonniert haben. Dann könnt ihr das natürlich gerne bei mir lassen. Da würde ich mich natürlich drauf freuen. Aber ihr müsst es jetzt nicht machen oder sowas. Ich persönlich feiere es nur halt eher kleinere Streamer zu unterstützen und ich habe meinen Prime-Sub halt auch bei einem kleineren Streamer. Weil ich persönlich finde, dass sich kleinere Streamer da halt viel mehr drüber freuen als jetzt irgendwelche großen, die sowieso schon Millionäre sind. Für die ist das halt irgendwie egal, die 2,50 Euro dann noch abzustauben. Aber für so kleinere Leute, die sich dann vielleicht dadurch irgendwie besseres Equipment oder sowas leisten können, ist das natürlich cool. Und wie gesagt, ihr müsst jetzt nicht mich followen oder sowas, wenn ihr das überhaupt abonnieren halt. Sondern sucht euch halt irgendeinen kleinen aus, der euch gefällt. Finde ich persönlich besser. Aber wenn ihr es anders seht, ist das natürlich auch okay. Ist jetzt nur meine Meinung dazu. Und nochmal kurz was zu Uni. Ich habe tatsächlich nur noch theoretisch drei Klausuren jetzt vor mir. Wobei ich sagen muss, dass ich nur eine davon schreiben werde. Und zwar liegt das daran, dass ich... Einmal ist das eine Fach, ja. Das gehört... Das ist quasi die Folgeveranstaltung zu diesem Fach, über das ich mich schon mal in einem Video richtig geärgert habe. Ihr wisst das noch. Wo es eigentlich hieß, es gibt einen Fragenkatalog und dann wurde es doch geändert. Und da habe ich übrigens nicht so viel Lust dazu, das nochmal zu machen. Weil ich glaube persönlich, dass es einfacher ist, 120 Fragen mit A, B, C, D einfach auswendig zu lernen. Als halt einfach alles auswendig zu lernen in diesem Fach und dann nicht zu wissen, was er einen fragt und so. Und persönlich finde ich auch mündliche Prüfungen halt nicht ganz so cool wie schriftliche Prüfungen irgendwie. Deswegen werde ich das auf jeden Fall schieben. In der Uni ist es nämlich so, man kann halt die Klausuren einfach schieben. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte sie dieses Jahr nicht schreiben, könnte ich sie in einem halben Jahr schreiben. Oder in einem Jahr oder sowas. Oder irgendwann. Ist eigentlich ziemlich egal. Und hier hatten wir das jetzt fertig. Jetzt seht ihr noch, wie ich hier die ganzen Blöcke nochmal hinbaue, damit die Lags weniger werden. Das hat sogar relativ gut funktioniert. Ja, das dauert jetzt halt nur ein bisschen, weil ich halt sehr viele Blöcke da versucht habe zu placen. Aber nochmal zurück zur Uni. Also wie gesagt, dieses eine Fach werde ich dann jetzt eben nicht schreiben, weil ich halt nicht diese Live-Prüfung machen möchte mit, also diese mündliche Prüfung, wo halt nicht der Fragenkatalog gefragt wird. Weil ich denke, dass das halt eine schlechtere Note halt wird. Und deswegen, warum sollte ich das tun, wenn ich weiß, dass die Note halt wahrscheinlich schlechter wird. Ein anderes Fach, was ich dann auch nicht schreibe, ist BWL. Und das liegt daran, dass es halt erstmal ultraumfangreich ist. Also es sind einfach super viele Sachen. Und ich würde das schon in drei Wochen schreiben. Deswegen wäre es halt eher unwahrscheinlich, dass ich eine gute Klausur schreibe, wenn ich so viele Sachen innerhalb von nur drei Wochen lernen muss. Und außerdem habe ich gerade nicht so mega die Motivation, jetzt noch weiterzulernen, weil ich habe jetzt die letzten Wochen mich sehr viel mit der Uni beschäftigt. Ich habe ja nicht mal mehr Videos gemacht. Und deswegen denke ich, ist eine Pause jetzt gar nicht so schlecht. Und außerdem interessiert mich das auch wirklich. Und ich möchte es einfach ausgiebig lernen tatsächlich, weil ich es sehr interessant finde. Und deswegen denke ich, das wäre halt unnötig, wenn ich das jetzt hier in drei Wochen so durchpower und dann eine schlechte Note kriege und selber gar nicht so richtig verstehe, was da abgeht. Das würde halt niemandem weiterhelfen. Und stattdessen werde ich das jetzt halt in einem der nächsten Semester schreiben und dann halt mich besser darauf vorbereiten und das auch wirklich intensiv durchgehen, weil wie gesagt, ich finde es halt einfach spannend. Und die eine Klausur, die ich jetzt noch schreibe, das wird eine Lebensmittellehre-Klausur. Das ist relativ easy, weil halt viele Lehrinhalte von diesem Fach schon in anderen Fächern vorgekommen sind. Das bedeutet, ich habe halt gutes Vorwissen und muss halt nicht so viel lernen. Insgesamt ist es auch viel weniger Stoff. Also in BWL zum Beispiel hatte ich, glaube ich, dreimal so viel Aufnahme beziehungsweise dreimal so viel Videos halt im Prinzip von der Zeit her. Also das waren irgendwie 30 Stunden oder sowas und in der Lebensmittellehre sind es halt nur 10. Und das bedeutet, ich kriege hier halt für viel weniger Aufwand, weil ich zum einen weniger Stoff habe und zum anderen auch noch viel mehr Vorwissen, kriege ich wahrscheinlich eine bessere Note und deswegen mache ich das. Außerdem ist das halt auch erst irgendwie irgendwann April, Anfang April oder sowas. Also noch vier Wochen statt drei Wochen. Und das ist natürlich dann auch eine richtig nice Sache. Ich habe halt mehr Zeit dafür, ich muss weniger lernen und es ist insgesamt noch weniger Stoff. Deswegen denke ich, kann ich das auf jeden Fall schreiben. Und die anderen Klausuren, die ich jetzt schon geschrieben habe, die sind auch zum größten Teil schon benotet. Also ich habe ja vier insgesamt gemacht und drei sind schon benotet worden. Die erste war ja diese Prüfung mit dem doch nicht Fragenkatalog, die ja nicht so gut gelaufen ist, aber ich meine 3,3 ist halt bestanden, I guess. Ich habe auch eine 3,3 in einem Nährstoff, in der Nährstoffklausur gehabt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ultra enttäuscht. Eigentlich habe ich mit einer 1, irgendwas gerechnet, weil ich wirklich relativ sicher war bei den meisten Fragen. Bei einigen Fragen, ja okay, irgendwie zwei, drei Fragen von 25 wusste ich nicht so unbedingt. Aber bei den meisten anderen war ich mir komplett sicher eigentlich. Und wieso ich das jetzt nicht so gut bestanden habe, weiß ich auch nicht. Ich kann euch aber dazu sagen, dass ich tatsächlich nur eine einzige Person noch kenne, die es bestanden hat. Und das war auch eine schlechtere Klausur als ich hatte. Also ich habe wie gesagt 3,3 und die Person hatte dann noch weniger Punkte. Und alle anderen Personen, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, über Ecken, die ich kenne, die haben es einfach alle nicht bestanden. Also niemand hat das bestanden, außer wir beide. Und davon, ich halt mit einer etwas besseren Note. Und da habe ich mir dann auch schon gedacht, okay, vielleicht war die Klausur halt einfach wirklich schwer. Weil, also es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass so viele Leute einfach durchfallen und einfach nur zwei Leute bestehen, die ich kenne. Also vielleicht kenne ich natürlich auch nur die ganzen Dullis, die das eh alle nicht schaffen. Kann natürlich auch sein. Aber, naja, das hat, also ich fühle mich ein bisschen besser dadurch, muss ich sagen, weil ich halt nicht ganz der Dumme bin anscheinend. Weil, wie gesagt, ich habe echt mit einer 1, irgendwas gerechnet irgendwie. Richtig belastend gewesen, als ich den gesehen habe, 3,3. Ja, aber ich meine, es ist bestanden am Ende des Tages und das ist okay. Und 3,3 ist jetzt nicht ganz so schlecht. Ist noch okay, denke ich. Und eine andere Klausur, das war die Chemieklausur, die ich schon zweimal geschrieben habe und zweimal nicht bestanden habe. Das war jetzt der dritte Versuch, wobei es halt Corona-Freiversuche waren. Deswegen war es eigentlich egal. Normalerweise in der Uni, wenn man drei Versuche hat, dann ist man halt raus, wenn man die alle nicht besteht. Diesmal war es aber wegen Corona so, dass sie uns freie Versuche gegeben haben. Also da war es egal, ob wir bestehen oder nicht. Und deswegen habe ich die halt einfach mal genutzt. Ich habe aber auch wirklich dafür gelernt und zweimal halt nicht bestanden. Diesmal habe ich dann aber bestanden. Ich habe halt nochmal mehr gelernt. Also extrem viel tatsächlich. Ich glaube, das war die Klausur, für die ich am meisten gelernt habe. Und ich hatte ja vorher auch schon mal für diese Klausuren zweimal gelernt. Das bedeutet, ich hatte keine Ahnung, wie viel Vorbereitung. Und die Klausur war diesmal auch relativ einfach. Und dementsprechend habe ich halt auch eine gute Note geschrieben. Ich habe eine 2,0 geschrieben. Ist, denke ich, okay für Chemie. Ich hatte halt nie Chemie in der Schule. Und dafür dann in der Uni eine 2,0 ist, denke ich, auf jeden Fall eine nice Sache. Und die letzte Klausur, die ich dann jetzt noch... Also es war eigentlich keine Klausur, es war eine Hausarbeit. Und die habe ich jetzt abgegeben. Allerdings sind Hausarbeiten halt ein bisschen umfangreicher. Und deswegen haben wir da jetzt noch keine Ergebnisse bekommen. Ich denke, das ist halt das Dumme. Weil immer wenn ich denke, dass ich eine gute Note geschrieben habe, dann endet das irgendwie in einer nicht so guten Note. Und immer wenn ich denke, ich habe richtig schlecht geschrieben, dann wird sie relativ gut oder halt nicht bestanden. Und hier denke ich mir jetzt tatsächlich, dass ich eigentlich eine relativ gute Hausarbeit abgegeben habe. Aber das würde ja theoretisch bedeuten, wenn ich meiner Logik folge, dass ich halt nicht bestanden habe oder halt nicht so gut. Aber ich hoffe, dass es gut wird, weil ich habe mir da doch sehr viel Mühe gegeben. Ich habe, glaube ich, 28 Seiten geschrieben oder so. Wäre schon nice, wenn das eine gute Note ist. Ja, ich hoffe einfach mal das Beste. Es wäre richtig belastend, wenn ich da jetzt eine schlechte Note bekomme. Aber so mega schlimm wäre es dann, denke ich, auch nicht. Und ja, das war eigentlich alles, was ich erzählen wollte. Wollte ich noch irgendwas erzählen. Heute ist, wie gesagt, Livestream heute Abend. Da werden wir in der Hafenstadt ein bisschen weiterbauen. Das wird es aber auch in einem Video nochmal geben. Also ich werde da Timelapses machen. Und die werde ich dann zu einem Video zusammenschneiden, dass ihr das halt nicht verpasst. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr verpasst jetzt keine großen Sachen in der Survival-Welt. Wenn ihr die Streams nicht guckt, das ist halt mehr so ein Ding, wo man halt zusammen redet und so weiter und so Ideen austauscht. Und wenn ihr Ideen und Anregungen habt, dann kann ich die halt direkt umsetzen. Das ist immer ein bisschen leichter, als wenn ich das dann in den Kommentaren erst lese und dann vielleicht schon fertig bin mit dem Projekt oder sowas. Und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich würde sagen, dann hören wir jetzt mal mit dem Zeitraffer hier auf und bauen mal mit der Sortiermaschine weiter. Ich denke, ich habe jetzt soweit alle Quellen für Lags irgendwie beseitigt, die ich beseitigen konnte. Es gibt natürlich jetzt, wie gesagt, noch einige Blöcke, die wir nicht so wirklich beseitigen können. Ich meine, man könnte natürlich so Seedinger hier auch noch hinstellen und man könnte die Blumen hier auf Erde irgendwie stellen oder sowas. Aber ich denke nicht, dass das jetzt so viel ausmachen würde. Ihr seht, die Lags haben sich auch nicht so unbedingt gebessert, wobei es kommt so ein bisschen drauf an, wo man hinguckt. Also manchmal habe ich dann doch mehr FPS. Ich sehe, dass hier 75 ist auf jeden Fall schon mal ein guter Call. Und ich habe auch die ganzen Villager übrigens weggemacht. Ich habe einfach den Villager-Breeder abgebaut und vorher die ganzen Villager noch woanders hingeleitet. Und mit denen müssen wir jetzt mal irgendwie überlegen, was wir mit denen machen. Vielleicht bringen wir die in die Hafenstadt oder sowas. Wäre, denke ich, ein bisschen cooler, wenn da noch was abgeht, so was Villager angeht. Und das Nächste, was wir jetzt tun, ist, wir verbinden einmal diese Wasserstrecke hier mit der Wasserstrecke. Und mir fällt gerade auf, dass es natürlich hier runter tropft. Da müsste ich mir auch nochmal was überlegen, weil ich finde das nicht so cool eigentlich. Aber was könnte man denn da unter... Oh, ist hier gerade Wasser gewesen? Das sah ganz kurz so aus. Ja, irgendwie Halbsteine vielleicht da unter oder sowas. Oder Glas. Irgendwas müssen wir uns da überlegen, auf jeden Fall. Jetzt schnappen wir uns aber erstmal hier Glas. Und Glowstone brauchte ich noch, genau. Und dann bauen wir nämlich einmal die Verbindung von diesem Itemaufzug hier zu der Sortiermaschine, damit wir dann im Prinzip schon mal die Verbindung fertig haben. Ich nehme mir hier nochmal ein bisschen Glowstone mit, weil ich finde, Glowstone sieht ganz gut aus als Lichtquelle da oben. Auf jeden Fall sehr viel besser als Fackeln. Und wir wollen ja nicht, dass da oben irgendwas spawnt. Ist ja auch immer noch so ein Problem, was wir hier haben. Wo ich übrigens, wie gesagt, immer noch keine Ahnung habe, wo die alle herkommen. So. Und wir wollen jetzt... Ach, Wasser, einmal brauche ich auch noch. Ja, ich muss nochmal zurück. Hier müsst ihr doch... Ach nee, Wasser einmal habe ich mit runtergenommen. Ei, ei, ei. Na ja, auf jeden Fall müssen wir dann jetzt eigentlich nur das eine oder diese neue Verbindung, die wir gebaut haben, mit der, die schon besteht, verbinden. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, weil es da auch egal ist, wie die Items fließen. Später müssen die Items ja genau auf der richtigen Höhe sein. Aber hier ist das jetzt noch egal. Deswegen können wir das mal easy peasy verbinden. Und ich habe mir überlegt, ich verbinde das halt mit natürlich Eis einmal und Glowstone, aber auch mit diesen Stone... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Mit Smoothstone. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus und passt noch so zum restlichen Lager. Und davon haben wir halt sowieso genug. Das ist jetzt nicht so ein seltener Rohstoff. Und jetzt überlege ich gerade mal, wie wir das Ganze am besten verbinden. Also theoretisch kommt es natürlich später dann auch darauf an, wie wir hier das Wasser placen. Und zwar müssten wir auf diese Höhe hier kommen. So sieht es aus. Dann gehen wir nochmal hier in diese Ecke. Und wir müssen uns auch überlegen, wie wir denn hier unten... Hier wollten wir ja noch den Eingang hin machen, wie wir das machen, wenn das Ganze hier verbunden ist im Endeffekt. Weil wir werden ja hier ganz viele Itemwege durchlaufen lassen. Und da können wir natürlich hier jetzt nicht so einen tollen Weg machen. Vielleicht machen wir dann einfach nur einen Tunnel oder sowas. So, und wir wollen bis hier vorne hin. Hier machen wir dann noch irgendeinen Block hin, der nicht so schlecht aussieht. Dann fällt es hier quasi hin. Dann müssen wir das jetzt hier einmal umranden. Das bedeutet, hier könnte man vielleicht ansonsten ein Glowstone hin machen. Damit das Ganze hier ein bisschen leuchtet und hier nichts braunt. So, dann machen wir das hier entlang. Hier vorne auch nochmal. Zack, 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 zack. Dann brauche ich jetzt natürlich noch Schilder. Die habe ich natürlich jetzt nicht mitgenommen. Oder irgendwie sowas, dass halt die Wasserströmung auffällt, damit wir halt das Wasser in eine Richtung strömen lassen können. So, und dann machen wir hier noch eine Verbindung hin. Und hier kommt Glowstone hin. Hier vorne kommt Glowstone hin. Und hier vorne kommt auch nochmal Glowstone hin. Das müsste hell genug sein, wobei es hier ein bisschen wenig hell aussieht. Dann machen wir hier vielleicht in die Mitte nochmal ein Glowstone. So, und dann können wir nämlich hier mal mit dem Wasser... Das müsste ich mir eigentlich... Ich hole nochmal kurz hier irgendwas, womit wir Wasser aufhalten können. Ich könnte natürlich einfach ein paar Falte machen. So. Weil die können eben das Wasser aufhalten, die Strömung. Aber die Items würden da halt durchpassen. Das bedeutet, die können halt weiter fließen. Ansonsten ist das mit der Wasserströmung so ein bisschen schwierig zu machen. So, dann schnappen wir uns mal das Wasser. Also hier würden die Items ankommen. Dann schwimmen sie bis hier irgendwo. Dann kommt hier einmal eine Falltür. Dann kommt das Wasser hier, was es so um die Ecke bringt. Das reicht noch nicht ganz. Dann müssen wir hier nochmal einen hinbauen. Hoppala. Ich denke schon die ganze Zeit, dass ich schnell da. Und dann machen wir hier eins hin. Und dann müsste es perfekt sich hier... sich da perfekt positionieren. Ich gucke mal kurz, welches Item wir hier oben haben. Wir haben Redstone Erz. Das probieren wir dann mal direkt aus. So, an der Stelle kurzer Schnitt. Da kam die Störung ins Zimmer. So, jetzt werden wir mal ausprobieren, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und zwar schmeißen wir hier mal ein bisschen Redstone rein. Und ich bin natürlich zu langsam, um das zu sehen. Aber es sieht so aus, als würde es sich perfekt anordnen. Wir schmeißen hier nochmal ein bisschen was rein. Es muss nämlich hier genau auf dieser Grenze sein. Und das sieht richtig gut aus. Das bedeutet, das funktioniert. Und theoretisch müssen jetzt hier genau das Redstone drin sein. Denn funktioniert das schon mal sehr gut. Gut, wir müssen natürlich später auch noch die ganzen Trichter befüllen. Das wird auch richtig spaßig werden. Nicht, aber ich denke, das werde ich nochmal... Ich mache das vielleicht im Livestream oder sowas. Weil ihr seht ja, das ist ultra viel Arbeit hier noch. Und das Video geht ja jetzt schon, ich weiß nicht wie lange. Und es ist halt auch nicht so mega spannend. Ich würde jetzt hier halt tausendmal dasselbe bauen. Also ich weiß gar nicht, wie viele... Wir haben hier 80, 160 mal 4 sind 400, 640. Erzähl ich überhaupt richtig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es eine ganze Menge Kissen, die wir hier haben, um die wir uns kümmern müssen. Und das ist halt einfach nicht spannend, ne? Deswegen werde ich das, denke ich mal, vielleicht im Zeitra... Also wahrscheinlich werde ich es im Stream machen und dann aber so als Zeitraffer nochmal ins YouTube-Video hineinpacken. Das ist, denke ich, die coolste Variante. Und ja, dann werden wir das nämlich so machen. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir das Ganze hier oben verbinden. Man könnte natürlich hier Eisen machen. Ich würde das, glaube ich, gar nicht so schlecht finden vom Aussehen her. Aber hier vorne dann vielleicht lieber Glas. Und den hier müssen wir dann vielleicht doch noch weg machen. Jetzt muss ich nur schnell einen Block platzieren, damit da kein Wasser runter geht. Perfekt. Dann machen wir den nämlich hier in die Ecke vielleicht. Und hier kommt jetzt natürlich Wasser runter. Ich hoffe, das macht da unten nichts kaputt. Nur ein paar... Ja, okay. Das ist nicht so schlimm. So, dann kommt hier Glas hin. Glas. Hier kommt nichts hin soweit. Denn brauche ich jetzt nur noch Glas theoretisch. Das müssten wir aber auch hier am Start haben. So, haben wir hier irgendwo... Müsste doch hier... Oh, hier wären auch noch die gewesen. Mit denen hätten wir das natürlich auch machen können. Also, ob ich die hier nicht habe. Hatte ich nicht extra hier buntes weißes Glas mit hergebracht. Wo habe ich das denn hin getan? Aber ich glaube, wir haben noch welches im Lager. Wir sind ja zum Glück im Lager. Ist ganz entspannt, wenn man hier arbeiten kann, weil man halt immer alles parat hat. Und ich finde, das hier sieht auch richtig nice aus irgendwie. Das sieht so schön bunt aus. Damit kann man auch... Oh, hier habe ich den Konkrete vergessen. Fällt mir gerade auf. Den Konkrete muss ich ja hier noch hinplacen. Naja, egal. Das mache ich irgendwann anders. Wir machen jetzt erstmal das da oben fertig. Und wir haben gar nicht mehr so viel Glas. Ich muss mal wieder richtig schön Sand farmen und das dann noch einschmelzen. Wir müssen hier auch noch einen Supersmelter hinbauen. Das wird auf jeden Fall hier noch passieren. Und ja, das ist natürlich jetzt das nächste Problem, was wir haben. Wie machen wir jetzt hier einen Durchgang? Weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben da jetzt die Itemleitung. Aber es wird ja noch eine kommen für die untere Reihe. Die wird ja dann hier auch entlang gehen. Ähm, dann muss man ja... Das muss auf jeden Fall ein schmaler Weg sein dann. Man könnte natürlich das hier so zulaufen lassen, dass dann hier so eine 3x3 Pistentür ist, wo man durchgeht. Und dann geht man ein Stück und dann geht man wieder durch eine 3x3 Pistentür und dann ist hier wieder ein größerer Raum. Das ist, denke ich, das Einzige, was wir hier machen können. Weil ich glaube, die restlichen Sachen würden nicht so gut aussehen. Äh, ja. Naja, das müssen wir dann mal uns überlegen. So, dann machen wir hier nochmal Glas hin. Wobei, was machen wir denn hier in dieser Ecke? In dieser Ecke würde, glaube ich, äh, Smooth Quartz gar nicht so schlecht aussehen. Müssen wir hier nochmal zurücklaufen. Bitte lasst uns das wenigstens hier haben. Oder muss ich dafür jetzt wieder... Ja, okay, das haben wir hier. Nehmen wir mal Halbstein, das ist ja nicht so schlimm. So. Ähm, soll natürlich auch ein bisschen gut aussehen, zumindest. Zumindest das, was man sehen kann. Uah, so. Und dann placen wir das hier vorne einmal hin. Zack, zack, zack. Und hier vorne. Zack, zack, zack. Dann bauen wir das hier voll. Und hier bauen wir das auch voll. Und dann, ach, hier müssen wir auch noch was hinmachen. Okay, dann machen wir hier. Ach, dann ist aber auch wieder der Glow-Stone hier ein bisschen blöd. Ha, das ist so schwierig. Aber ich meine, man sieht es am Ende eh nicht. Ich baue hier aber trotzdem nochmal einen hin. Sonst würde mich das persönlich für immer und ewig ärgern. Hier bauen wir uns dann einmal nach oben. So. Dann bauen wir das hier einmal voll. Das hier habe ich übrigens noch nicht fertig geschaut. Genau, hier habe ich mir nämlich mal ganzes Glas verbaut. Deswegen hatten wir gar nichts mehr. So, und dann können wir das hier jetzt aber mal eben voll bauen. Wir haben mal noch ein bisschen Glas. Und platzieren dann hier oben nochmal die Halbsteine drauf. Und dann, oder die Slabs. Ich kriege so oft Kommentare, dass es Slab ist und nicht Halbstein. Es tut mir furchtbar leid. Ich wusste nicht, dass euch solche Wörter so triggert. Ne, eigentlich, also ich meine, keine Ahnung. Ist auch egal, ne? Ich meine, mit Halbstein war es halt jeder was gemeint ist, ne? So, und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus. Mit wieder Redstone. Also, 24 Stück müssen dann hier gleich oben in dem Trichter drin sein. Die werden wir jetzt mal hier reintun. Ich glaube, ich muss den Schalter umlegen, damit es funktioniert. Ich muss mal kurz gucken. Äh, ja, das muss ich, genau. Hier seht ihr übrigens unten mal die Technik. Ist ja sehr weit entwickelt hier auf jeden Fall. Und die Legs sind halt real, ne? Also, wir packen jetzt hier mal die 24 rein. Und dann müssten die hier gleich langsam entlang hüpfen hier drinnen. Nämlich nicht, ja, genau. Hier sieht man sie. Die hüpfen jetzt hier nach oben. Und landen dann eben oben in diesem Wasserverteilungssystem. Wobei, ich glaube, die könnten hier runterfallen, ne? Ach ne, die sind zu schnell dafür, okay. Okay, das ist natürlich nice. Dann gucken wir uns jetzt mal schnell oben an, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das denke. Eigentlich müsste es so funktionieren, aber lieber auf Nummer sicher gehen. So, zack, zack, zack. Und jetzt gucken wir da oben einmal rein. Ach so, hier unten sind die schon alle angekommen. Okay, die kommen hier unten schon an. Da war ich jetzt zu langsam für. Aber ich meine, wenn sie unten angekommen sind, scheint es ja zu funktionieren. Wenn jetzt hier 24 drinnen sind, perfekt. Und ein Red Concrete, okay. Wo auch immer der jetzt herkommt. Ach so, könnte natürlich sein, dass der schon im System drinnen war und ich jetzt den Schalter angemacht habe und es deswegen losging. So. Aber nice, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das bedeutet, wir können jetzt theoretisch einfach ganz viele Trichter bauen, ganz viele Sortiermechanismen. Ist natürlich eine nervige Sache, weil es ist halt, also ich meine, ich kann jetzt nochmal erzählen. Also wie viele haben wir hier? Wir haben 10, 20, 30, 40, 80, 80 mal insgesamt 1, 2. Ach nee, warte. Oh Junge, ich kann echt keinen Kopf rechnen. Ich bin einfach komplett überarbeitet, Jungs. Sorry. Okay, warte. Wir haben hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Stück. Und wir haben insgesamt 8 davon. Also haben wir 640 Doppelkissen, die wir sortieren müssen, theoretisch. Aber wir haben nicht ganz 640, weil ja natürlich hier noch sowas hier anfällt, die man nicht sortieren können und so weiter. Und dafür haben wir ja aber immer noch hier in diese beiden Massenlager hier vorne. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn wir das 640 mal machen, ist es halt ziemlich langweilig, das immer wieder zu wiederholen. Weil es halt auch wirklich, es ist halt einfach nichts Spannendes und mein Land hat nicht wirklich was dazu, wenn man es immer wieder baut. Weil ja, keine Ahnung. Trotzdem ist es, denke ich, auf jeden Fall ein wichtiges Ding und wir werden das auf jeden Fall im Livestream machen. Und dann gibt es eben den Zusammenschnitt hier bei YouTube zu sehen, würde ich sagen. Und ich würde sagen, wir machen heute mal nicht so lange. Stattdessen, wie gesagt, heute Abend noch den Livestream. Und dann würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Eis in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.